Ein frohes neues und vor allem gesundes Jahr euch allen. Nach meiner langen Pause werde ich euch heute die Inhaltsangabe meines neuen Buchs Die große Täuschung erstmalig zeigen. Es ist das fünfte Buch und es wird ganz sicher das letzte Buch aus meiner Feder sein. Aus meiner Sicht wird dieses Buch alles in den Schatten stellen, was ich mit dem Buch Kontrollverlust und auch dem Buch Fremdbestimmt bislang verfasst habe. Kontrollverlust führte bekanntlich 2017 in der ARD zur Verleumdung meiner Person als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Und Fremdbestimmt wurde völlig totgeschwiegen. Das neue Buch wird entweder zu meiner physischen Vernichtung führen oder totgeschwiegen, wie Fremdbestimmt, da die 919 Quellen und Beweise, die wir offenlegen werden, niemand widerlegen kann. Wir werden es sehen. Und nach diesem Buch kann ich nichts mehr enthüllen und meine bisherige Arbeit übertreffen. Es ist daher das letzte Buch. Aber es wird die heißesten Eisen der Geschichte der letzten Jahrhunderte anfassen. Und es wird schonungslos Fakten, Beweise, Dokumente rund um die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy zum angeblichen Selbstmord des US-Verteidigungsministers James Hollister, über die Erpressung Josef Stalins, des Diktators der Sowjetunion von 1927 bis zu seinem Tod 1953, über den Verrat am französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle, dem großen französischen General, und die euch verschwiegenden Hintergründe zum Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon und der euch sicher bekannten Watergate-Affäre zeigen. Und neben mir blenden wir erstmals die gesamte Inhaltsangabe des am 24. Februar 2024 erscheinenden Buches Die große Täuschung ein. Ihr werdet erkennen, insbesondere mit Blick auf die Inhalte der Kapitel 5, 6, 7, 8, 9 und 10, meinesteils, wie sehr uns das alles in der Gegenwart interessieren muss. Ihr werdet die Gefahren und die Gefahrenquellen erkennen. Das verspreche ich euch. Zu Beginn des Kapitels 11 schreibe ich, wer hat so unglaubliche Macht nach Ereignissen wie der Ermordung des US-Präsident John F. Kennedy, drei Mordmotive und die Hintergründe der Rowan-Kommission der Weltöffentlichkeit bis heute vorzuenthalten? Wie können bei einem ABC News-Artikel Hinweise auf Verbindungen zum israelischen Geheimdienst zum Mossad noch Jahre später entfernt werden? Und ich zeige dann noch einen Artikel aus der New York Times, wo genau dasselbe passiert ist. Im Nachhinein wurde etwas entfernt. Die Beweise werde ich euch zeigen. Und am Ende meines neuen Werkes wird stehen, ich widme dieses Buch John F. Kennedy, James Forrester, Charles de Gaulle, dem Verfasser des Buchs Final Judgment, Michael Collins Piper und meinen Eltern, die es mit mir sicher nicht immer leicht hatten, jedoch meinen Weg stets unterstützten. Danke.